Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Amazon Haul für dich. Ja, da sind diverse Sachen dabei. Ich habe mir zum einen so eine Überraschungsbox bestellt mit diversen Kosmetikartikeln. Dann habe ich mir Kleidung bestellt, ein bisschen Hundesachen und ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wie sollte es auch anders sein, am Ende des Videos gibt es natürlich eine Verlosung. Ich weiß auch nicht zur Zeit, was mit mir los ist. Aber ja, ich möchte einfach nicht, dass sich hier so viel ansammelt. Und wenn ich dann Produkte bestelle, zum Beispiel in dieser Goodie Bag sind 25 Teile drin, die werde ich nicht alle verwenden wollen oder verwenden können. Das heißt, ein Großteil aus dieser Goodie Bag, nicht Goodie Bag, aus dieser Überraschungstasche, wird in einem von euch verlost werden. Ja, also bleib einfach dran und, ne? Genau, also so wie ich jetzt aussehe, möchte ich nicht weiterhin aussehen, denn ich bin ungeschminkt und ich möchte mich ein bisschen schminken. Ich habe hier tatsächlich eine Goodie Bag bestellt. So sieht die aus. Ich sage die ganze Zeit Goodie Bag, das heißt gar nicht Goodie Bag. Ich habe eine Überraschungsbox bestellt. Das kommt einfach in so einem Beutel und da sind 25 Teile drin von Catrice, Essence und so weiter. Und also von Kosmetik, Marken, Druckerie, ne? Und genau, da ist bunt alles Mögliche drin. 25 Produkte habe ich ausgewählt, also quasi man kann das in verschiedenen Größen wählen. Ich habe jetzt 25. Habe ich die auch immer mal wieder unten in der Infobox verlinkt gehabt. Also vielleicht hast du es sogar schon mal gesehen. Ja, und ein paar Sachen habe ich mir jetzt rausgefischt, mit denen ich dir jetzt ein Make-up schminken möchte. Das mache ich aber ratzfatz. Ja, und dieses Make-up schminke ich mit Sachen aus dieser Bag, weil ich damit kein komplettes Fullface machen kann. Nehme ich auch noch Sachen von Cosmetic for Less aus dem Haul, was ich euch letztens gezeigt habe, aus der Goodie Bag. Das war wirklich eine Goodie Bag. Und dann noch ein paar Sachen, die ich hier so habe. Ja, und dann lege ich mal los. Als erstes muss ich mein Gesicht primen. Und als Primer war in dieser Überraschungsbox von Amazon von Catrice der Hashtag Insta2Go Blur Stick drin. Allzu viel Produkt ist da gar nicht drin. Ich habe das jetzt komplett mal rausgedreht. Es fühlt sich auch sehr, sehr trocken auf der Haut an. Und er soll kleine Fältchen kaschieren und kleine Hautunebenheiten. Und ich komme mal näher. Ich finde, dass man nichts sieht. Und ich habe meinen Haarreifen gar nicht aufgesetzt. Shame on me. Ich verlinke euch den unten in die Infobox. Das ist mein Blumenhaarreifen, den ich sehr gerne beim Schminken trage. Als nächstes benutze ich eine Foundation, die waren weder in der Goodie Bag noch in der Überraschungskiste. Da benutze ich einfach meine L'Oreal Perfect Match Hautton anpassendes Make-up. Verschmilzt perfekt mit der Farbe und Struktur ihrer Haut in der Farbe 2N Vanille. Und das Ganze verblende ich mit meinem Make-up Schwämmchen von Amber. Da sind sechs Stück in diesem Set mit drin. In drei verschiedenen Farben. In Schwarz, Pink und Ticis. Das verlinke ich dir auch unten. Alles verlinke ich dir unten. Alles, was ich hier verwende, was ich finde und was ich gekauft habe vor allem. Also diese Schwämmchen von Amber habe ich das erste Mal auf dem Kanal von dem lieben Maxime Giacomo gesehen und finde sie großartig. Also die sind richtig schön weich und passen zu meinen Nägeln. Als nächstes fische ich hier aus dem Überraschungspaket von Catrice den Retouch Lightning Reflecting Concealer. Ja, das ist ein Feuchtigkeitsspendender Concealer mit lichtreflektierenden Figmenten, lässt Augenschatten, feine Linien und Zeichen von Müdigkeit verschwinden. Das ist jetzt die Farbe 010 Ivory. Vielleicht ist der ein bisschen zu hell. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Concealer alt ist oder so, aber auf jeden Fall kommt der sehr, sehr, sehr dickflüssig raus. Und verblenden wir das Ganze mal. Also der Concealer deckt jetzt nicht so unbedingt die Augenringe, Augenschatten, wie auch immer ab. Der ist sehr leicht. Ne? Also, ja, dafür, dass er so lichtreflektieren und tatu tatu sein soll, ist er doch relativ simpel. Ihr habt wahrscheinlich im Hintergrund schon gesehen, ich habe Pinsel gewaschen. Und hier mein Sigma Pinselbaum, wo alle jetzt vor sich hin trocknen. So, dann nehme ich mir hier von Luvia ein. Das ist der 15 Prime Wagon Pinsel. Das Pinselset verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Nehme dann hier mein Essence All About Mutt Fixing Compact Powder, was ich ja zur Zeit auch brauche. Und sette mein Gesicht. Dann nehme ich hier die Palette aus meiner Goodie Bag von Cosmetic Verlässt. Das ist die HD Pro Brows Palette. Und dann nehme ich mir den hellsten Ton und gebe ihn mir auf die Augenbrauen. Und das mache ich hier mit meinem Pinsel, dem Eyebrow Brush, den ich auch bei Cosmetic Verlässt bestellt habe von Essence. Das sieht ja furchtbar aus. Ich mache meine Augenbrauen eben weg und anders mit einem anderen Produkt. Viel zu dunkel. Also ich habe das auch sogar ausgebürst, aber es funktioniert nicht. Dann ist das mega fleckig und das sieht einfach schlecht aus. Ich komme gleich wieder mit anderen Augenbrauen. Ja, jetzt auch nicht 1A vorzweckbar, aber definitiv würde ich mich so auf die Straße trauen. Da hat mir jetzt der Catrice Eyebrow Stylist geholfen, den ich letztens bei Cosmetic Verlässt bestellt habe in der Farbe Date with Ashton. Jetzt mache ich meine Augen. Und zwar habe ich von Revolution die Magneska Beauty Legacy Palette bekommen in dieser Goodie Bag, die bei der Cosmetic Verlässt bestellung mit dabei war. Genau, so sieht die aus. Da hast du Highlighter, Blush und Bronzer und neuen Lidschattenfarben. Ich sette mein Lid mit der Farbe Canvas. Auch das Rose Quad Set von BH Cosmetics verlinke ich dir unten in der Infobox. Ich gebe mir die Farbe Ash als Crease-Farbe. Ich vertiefe meine Crease mit der Farbe Brick. Mit dem Finger nehme ich die Farbe Copper und gebe sie mir auf die äußere Hälfte meines beweglichen Lids. Und mit dem Finger gebe ich mir auf die innere Hälfte meines beweglichen Lids die Farbe Crystal. Jetzt nehme ich nochmal die Farbe Brick um, die dann wirklich hier ins alleräußerste V zu setzen und sie nochmal in der Crease zu setzen und das Ganze zu verstärken. Mit einem sauberen Blendepinsel gehe ich nochmal in die Farbe Canvas und verblende alles nach oben hin. Mit dem Pinsel V9 von BH Cosmetics gebe ich mir die Farbe Crystal als Augenbrauen-Highlight auf. Um das in der Corner zu setzen, in der Corner-Highlight zu setzen, sprühe ich den Pinsel ein bisschen mit meinem Balea-Wasserspray an. Für meinen unteren Wimpernkranz gehe ich mal wieder mit einem Luvia-Pinsel in die Farbe Orchid ganz vorsichtig rein und setze mir unter den unteren Wimpernkranz. So sieht das dann aus. Mit dem Blendepinsel, den ich eben für oben verwendet habe, um die ganzen Farben miteinander zu verblenden, gehe ich in die Farbe Ash rein, ganz vorsichtig und setze mir die auch ein bisschen an den äußeren unteren Wimpernkranz, um oben und unten miteinander zu verbinden. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Jetzt ziehe ich mir einen Eyeliner. Dann nehme ich den von LR Health & Beauty, den Deluxe Eyeliner. Es ist immer total super, wenn der Eyeliner genau dann den Geist aufgibt, wenn man gerade dabei ist, ein Video zu drehen. Naja, auf jeden Fall kann ich hier jetzt nicht weiterziehen, weil der Eyeliner leider gerade versagt hat und ihr seht, er ist auch schon ziemlich grau geworden, weil er leer geworden ist. Naja, so sieht auf jeden Fall jetzt der Eyeliner aus und jetzt kommen die Wimpern dran. Und dafür benutze ich von Catrice die Glam and Doll Boost Lash Gropen Volume Mascara. Das ist die graue, die jetzt neu im Sortiment ist. Das sind jetzt zwei Schichten von der Mascara. Die muss jetzt noch erstmal ein bisschen trocknen, denn ich habe gleich noch ein bisschen mehr mit ihr vor. Ich finde, dass wenn man Mascara drauf hat, sehen die Augen nochmal etwas fertiger aus. Als nächstes gehe ich mit meinem Lieblings Bronzer. Ich glaube, das ist eigentlich eher ein Blush Brush. Ja, das ist eigentlich der Blush Brush von Real Techniques, aber ich benutze ihn sehr, sehr gerne als Bronzerpinsel. Ähm, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Gehe ich hier in The Grand Tan rein. Also ich finde den Bronzer ziemlich mau, sehr, sehr dezent. Und wenn man bedenkt, dass ich jetzt ja wirklich richtig weiß bin aufgrund von Winter. Ähm, und ja, ist es für andere noch viel weniger was. Also das könnte für manch anderer vielleicht eher ein Bruder sein, weil so dezent wie der deckt... Das ist ganz schön wenig. Wenig, wenig. Mit meinem Zauberstabpinsel von Essence gehe ich in die Farbe Loves You. Das ist die Blush-Farbe und die ist derbe pigmentiert. Die klopfe ich doch lieber mal ab. Uiuiui. Ja, dieses komplette Gegenteil von dem Bronzer. Da geht nämlich die Party ab. Ja, also der Blush hat es dann doch irgendwie noch so ein bisschen gerettet und ein bisschen Farbe in mein Gesicht reingebracht. Und dann gebe ich mir noch ein bisschen Highlight. Dafür gehe ich hier oben in, upsala, ganz schön viel Kickback in Pure Glow und gebe mir das auf. Also der Highlighter enttäuscht mich wirklich sehr, denn außer sehr viel Bröckeln macht er nicht so viel. Vielleicht zwar einen leichten Glow, aber es ist wirklich sehr, sehr leicht. Naja, also mein Fall ist die Palette nicht. Die wird auf jeden Fall weiter wandern. Aber Gott sei Dank habe ich in der Surprise-Bag, die ich bei Amazon bestellt habe, ja tatsächlich noch einen Highlighter mit drin. Das ist der hier von Catrice. Light Spectrum Strobing Brick. Mensch, könnte vielleicht ein bisschen dunkel sein, aber wir versuchen mal. Ja, der sieht wirklich sehr, sehr kupferdunkel aus, aber wir probieren es trotzdem mal. Nehme ich den Highlighter-Pinsel, gehe rein, versuche hauptsächlich irgendwie so ein bisschen dieses Helle zu treffen und gebe mir den auf. Ja, also auch der Highlighter haut mich nicht vom Hocker. Das heißt, auch der wird in meine Familie und Freunde dürfen sich bedienen, Kiste gewandern, weil er ja benutzt ist. Ja, ich hatte euch ja gesagt, dass ich jetzt noch was auf meinen Wimpern machen möchte. Und da war jetzt in der Surprise-Box hier von Essence so ein Halter. Und wenn ich diesen Halter raushole, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, was ich damit vorhabe. So sieht das Schätzchen aus. Und ihr wisst ja, in meinem Cosmetic for Less Haul habe ich mir diese magnetischen Wimpern bestellt und die mache ich mir jetzt mal drauf. Wenn man das öffnet, sieht man hier vier Wimpern. Einmal für oben drauf, einen für unten drunter. Und die sind magnetisch in diesem Ding befestigt, was ich hier sehr cool finde. Ich denke, dass ich gleich nicht so unbedingt viel reden kann. Ich werde mir das eine drauflegen und das andere dann versuchen, von unten drunter zu heben. Gucken wir mal. So, zunächst muss man das obere quasi auf die Wimpern drauflegen. Und jetzt komme ich gleich von unten und flipp das da so dran. Da sind ja Magneten an der Seite. Links und rechts. Und das flippt dann so zusammen. Tja, also besser als so kriege ich das jetzt auf dieser Seite erstmal nicht hin. Ich versuche mal eben erst die andere Seite. Ich sage mal so, von Weitem sieht es gut aus. Von Namen siehst du aber, ne, dass es irgendwie so schief auf den Wimpern drauf sitzt. Ich und künstliche Wimpern. Leute, 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 was habe ich mir damit nur gedacht? Dabei, dabei, nicht damit. Also so sieht es jetzt auf den Augen aus. Aber ich finde auch hier, ich gehe mal so, ne. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut getroffen habe. Ich denke, dass ich damit mehr zur Mitte müsste, theoretisch. Ich finde, mein Blick ist relativ traurig. Naja, das erfordert wahrscheinlich noch ein bisschen Übung. Das, was ich aber auf jeden Fall nicht gut finde, ist dieses Moped hier. Das heißt, gerade bei diesen Magnetwimpern bringt das mir nichts. Also das kann ich dann vielleicht besser mit einer Pinzette machen, weil sich die Wimpern an das Ding tackern oder eben davon abstoßen lassen. Das heißt, es macht dann bei mir überhaupt keinen Sinn, weil ich tatsächlich ja keine künstlichen Wimpern verwende. Und wenn, dann wollte ich ja solche Wimpern verwenden. Das heißt, dieses Ding kommt auf jeden Fall wieder zurück in seine Verpackung und kann dann auch gerne weitergegeben werden. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Lippen. Denn da sind wir jetzt angelangt. Da habe ich hier von Essence Tint & Colorshot, da das nicht mehr so nice aussah, habe ich mir gedacht, komm, das packe ich jetzt nicht in eine Verlosung, das verwende ich für mich selbst. Schön, oder? Das soll die Lippen tatsächlich sogar einfärben, steht da drauf. Okay, meine Lippen fühlen sich jetzt an, als hätte ich da irgendwie eine Malfarbe drauf gemacht. Das ist sehr, 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 sehr dickflüssig. Es babbt noch ein bisschen zusammen, aber ich denke, dass es gleich trocknen wird und dann Kuss echt wird. Den Ultratest werde ich jetzt machen, denn es gibt jetzt sofort bei uns Abendbrot und dann siehst du sofort, wie es aussieht, wenn ich gegessen habe, ob das hängen bleibt, also nicht, ob das hängen bleibt, ob der Lippenstift dranbleibt oder eben nicht. Und ich bin ganz gespannt, ob mein Freund bemerkt, dass ich künstliche Wimpern drauf habe. Ja, also der Lippenstift hat tatsächlich Stand gehalten. Ich hatte eine Paella und zu meinen Wimpern sagte mein Freund übrigens, es sieht so aus, als würden sie zur Seite abfallen und er hat recht. Also das muss ich tatsächlich echt noch üben, aber an und für sich finde ich das cool, dass es das überhaupt gibt. So, ja, ich schaue mir schnell um. Eins werde ich auch noch behalten und zwar ist das hier von Catrice Shake & Seal Topcoat. Den werde ich auch behalten. Der glitzert halt so ein bisschen und Nagellack trage ich ja nur auf den Füßen und dann glitzern meine Füße halt auch schön beziehungsweise die Nägel. Ja, also, ach so, eins muss ich noch machen und zwar Setting Spray benutzen. Dann nehme ich hier von Trended Up das Expert Fixing Spray und so sieht dann der fertige Look aus zu dem Motto einfach mal neue Produkte ausprobieren. Zum einen aus der Goodie Bag, aus der Überraschungskiste und was ich so von sonst noch so geshoppt habe und da hatte. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich finde es witzig, vor allem so mit diesem unter dem Wimpernkranz, dieses lila schimmernde. Das finde ich auch cool, weil das einfach auch die Augen nochmal so ein bisschen verschönert und ein bisschen Farbe gibt. So, die weiteren Pro... Nee. So, die weiteren Produkte, die in diesem Überraschungspaket mit drin waren, werde ich komplett an einen von euch verlosen und zwar in diesem Video. Was ihr dafür tun müsst, steht alles unten in der Infobox, also schaut gerne mal dort vorbei. So, mit in diesem Set befindet sich von Catrice Metal Metal Mini Lipstick Set und zwar sind hier fünf... Vier, Entschuldigung, Mini-Lippenstifte drin und ein Spiegelchen. Dann habe ich hier Essence Style Up Your Lashes Space Story Wimpern. Also die sind extrem. Von Catrice Prime & Fine Make-Up Transformer Drops und zwar sollen die machen, dass dein Make-Up wasserfest wird. Zwei Lip Liner von Catrice Long Lasting Lip Pencil in Waterproof. Einmal die Farbe 080. That's What Rose Would Do. So ein schöner Rosenholzton und dann in der Farbe 170 Pamplona Olé. Das ist so ein schöner Beerenton. Aus dem Catrice Sortiment Spectral Light Effect Nail Lacquer. Das scheint so ein changierender Nagellack zu sein, vielleicht so ein silberner, das weiß ich gar nicht. Den finde ich richtig geil auf den Fingern, aber nicht auf den Füßen. Zwei Monolidschatten Monolidschatten von Sleek sind auch mit drin. Das ist einmal Back to Reality und Queen Complex. Ein Nagellack von Catrice aus dem Ico Nails Gel Lackör rein Ding. Das ist die Farbe 30 Keep Calm and Pink. Ja, es sind ziemlich viele Nagellacke hier mit drin. Essence The Gel Nail Polish in der Farbe 119 Maud About You. Ein Pigment von Essence Get Your Glitter On. Das ist, glaube ich, so eine Limited Edition gewesen. Das ist so ein blaues. Das ist die Farbe 12 Mint Me. Mit Pigmenten kann ich nicht umgehen. Noch ein Nagellack von Essence The Gel Nail Polish The Darks. Das ist die Farbe 58 Need Your Love. Das ist so ein ganz, ganz dunkler Beere-Ton. Von Catrice. Eine Velvet Matte Lip Cream. Und zwar ist das die Farbe 020 Rose Your Voice. Der, der dem sehr ähneln wird, was ich drauf habe, ist der Pure Pigments Lip Lackör von Catrice in der Farbe 020 Roses Pony. Von Catrice Precious Pigments Loose Eyeshadow. Und zwar ist es die Farbe 040 Cosmic Copper. So sieht das von oben aus und so von der Seite. Von Essence noch ein Nagellack Be Brave. Und das ist die Farbe 114 My Highlighter. Und das ist so ein Limettenton, der aber irgendwie auch so ein bisschen Schimmer mit drin hat. Auf den Fingern oder auf einem Finger kann ich mir das ultra gut vorstellen. Auf den Füßen grenzwertig. Dann habe ich hier noch zwei Lippenstifte. Und zwar einmal von Catrice Ultimate Color 140 Pinker Bell. So sieht der so aus. Und das ist dann die Farbe. Und noch ein richtig intensiver Liquid Lipstick. Das ist so ein Liquid Glitter Lips Lipstick. Und schaut euch das hier oben an. Das ist schon mal richtig geil. Und dann ist das hier drin ein Glitzer Lila. Wow. Ja, diese Box kannst du gewinnen. Also schau in die Infobox. Und ja, Verlosungen gehen immer ungefähr vier Wochen. Und alles weitere steht unten in der Infobox drin. Als nächstes habe ich mir hier in diesem Haul 3D Puffy Stickers Megapack 80 Blättchen geholt. So sieht das aus. Hier sind die ganzen Sticker. Exemplarisch habe ich jetzt mal ein paar rausgesucht. Also Buchstaben und Zahlen, Autos und Essenssachen, Katzen und Schmetterlinge und Herzchen und Smileys. Also es sind wirklich 80 unterschiedliche Sheets, also Blättchen. Richtig cool. Also mega geil. Die kann ich super verwenden, wenn ich jetzt irgendwelche Kärtchen schreibe oder sowas. Oder wenn ich Geschenke einpacke. Ja gut, Autos und so weiter. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein Metier. Aber ja, vielleicht wenn man einen anderen Mann mal was schenkt oder so, wäre auch nicht verkehrt. Und qualitativ fühlen die sich eigentlich ganz gut an. Also die sind so ein bisschen uneben. Die stehen so ein bisschen ab. Und ich glaube, dass es wohl ganz gut funktionieren wird. Kleidung habe ich mir natürlich auch mitbestellt. Das sind zwei Stück. Ein Oberteil und ein Kleidchen. Das Oberteil ist einfach so ein richtiges Kuscheloberteil. Was man aber auch tatsächlich als Kleidchen verwenden kann. Das ist so mit einer Kapuze dran. Und ja, vom Stoff her fühlt es sich jetzt schon ziemlich billo an. Also Polyester, hallo. Ich denke, darin kann man vielleicht chillen. Aber ich glaube, man schwitzt da schon sehr. Es fühlt sich sehr, sehr dick an. Also auch von innen, muss ich sagen, hast du so ein Kuschelfutter. Und ich glaube, dass es wirklich warm ist. Also perfekt für den Winter, wenn man sich so irgendwie einen chilligen Tag machen will und vor den Kamin haut. Und ja, hier an den Seiten hat es auch noch so Taschen. Aber ich blende die einfach mal am besten ein, wie es angezogen aussieht, oder? Ja, also dieses Teil, dieses Kleidchen, wie auch immer, gefällt mir richtig gut. Zwar sind die Ärmel ein bisschen zu kurz. Das ist ein bisschen blöd. So, dass ich die dann halt immer hochgekrempelt haben muss. Aber ansonsten, das fühlt sich richtig toll an. Und ich denke, dass ich damit schöne Sofa-Sontage verbringen kann. Ja, von diesen Kleidchen, die ich mir letztens bestellt habe, in Grau und in Rot, war ich so begeistert, dass ich mir das jetzt einfach mal nochmal in einer weiteren Farbe bestellt habe. Und zwar in einem wunderschönen Schweinchen-Rosa. Ja, da weiß ich ja schon, dass ich das mag, dass mir das auch entsprechend passt. Dennoch blende ich euch mal eben ein, wie es angezogen aussieht. Also, dass ich dieses Kleidchen hier liebe, ist mittlerweile, glaube ich, bekannt. Ich meine, allein, dass ich mir das jetzt schon in der dritten Farbe kaufe, ist bezeichnend dafür, dass es ein Teil ist, was mir sehr gefällt. Das, was ich jetzt bei diesem Rosa aber etwas blöd finde, ist, dass es ein bisschen durchsichtig ist. Und das gefällt mir dann halt nicht so gut. Aber ansonsten finde ich das top. Ja, ich wurde jetzt schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht so geil ist, seinem Hund Pedigree zu geben, beziehungsweise dieses Nassfutter, was ich sonst immer bestellt habe. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und habe jetzt eine Alternative gefunden, die auch preislich im Rahmen liegt. Also, ich nehme gerne auch das von DM, also von, ja, von DM, von Dein Bestes ist das ja ganz gut. Aber ich habe jetzt was gefunden, was ich quasi so als Einmalportion, als Nassfutter mit in sein Trockenfutter mischen kann. Als dieses Paket mit angekommen ist, das kam ja alles in verschiedenen Lieferungen, sagte mein Freund auch wieder so, sag mal, hast du irgendwie Sand mal wieder für deine Hamster bestellt? Denn damals hatte ich Zwerghamster und dann habe ich immer so 20, 25 Kilo Sand bestellt. Und dann durfte mein Freund das quasi immer reinschleppen, wenn er die Pakete eingenommen hat. Ja, und das hier ist eben so schwer. Ich glaube, das sind auch so 20 Kilo. Ja, Lifelong. Meine Güte. Lifelong Complete ist die Marke. In diesem Ultrapack verstecken sich vier Stück von diesen großen Dingen. Da sind 24 mal 100 Gramm drin. So, hier hast du dann auch verschiedene Sorten drin. Das fand ich ganz cool. So, pro Paket hast du sechs Mal Rind mit Gemüse in Soße, sechs Mal mit Hühnchen und Gemüse in Soße, sechs Mal mit Geflügel und Lamm in Soße und sechs Mal mit Rind und Hühnchen in Soße. Genau, und das sind so Tütchen, jeweils 100 Gramm. Und wie Sammy geschmeckt hat, schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. So, das ist jetzt die Portion 100 Gramm Hühnchen mit Gemüse und das scheint tatsächlich Erbsen und Möhren zu sein, wenn ich so näher rangehe. Und dann gucken wir mal, ob es dem kleinen Mann schmeckt. Sammy, komm her. Na los. Man muss dazu sagen, dass der eigentlich gerade Abendbrot gehabt hat und eigentlich satt sein sollte. Aber so wie der Napp ausgeschleckt wird, scheint es irgendwie doch wohl lecker zu sein. Na? Auf der Suche nach mehr. Okay. Das wurde also als neues Futter abgenommen. Nee, Sammy, da oben ist auch nichts mehr. War gut? Ja, mit mehr. Fein gemacht. Fein gemacht. War das lecker, Sammy? Er sucht einfach, ob da irgendwo noch was ist. Wie geil. Rauchen, gib mir mehr. Gib mir mehr. Ja, ihr Lieben, das war mein Amazon Haul. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Denkt an die Verlosung und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.